heute machen wir weit mit starlight zone und die musik ist schon richtig schön und achte gar keine bombe ja ist ja klar oh das ist fies moment ja okay was ist das denn sneaky geht doch nein ja danke ja okay jetzt darf ich mich nicht treffen lassen sonst bin ich aber die musik ist schön das muss ich sagen da wird dort dort lasst mich doch vorbei die lasst mich nie vorbei und sagt und sagt ein paar münzen ringe ach ja dann gehen wir mal hoch geben ja die ranger ich will okay das schaffe ich ja wer liest die bloß ich bin der bloß jetzt habe ich nicht geschafft ja klar aber ich glaube dass wir die da eine dieser netten sohnen wir hatten jetzt erst gut hält dann marble marble war schlimm dann die ganz zone nahmen wir entfallen sollen dann level sound und dann diese sound und jede zweite sound war immer die schrecklich und jetzt haben wir wieder eine schöne zone die dann fällt mir da 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 8 ok ja wow bomben lasst mich weg Sind sie weg? Au! Boah! Da 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 Schönes Lied Dö di De li di 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 Aber ehrlich so etwas ist schön ruhig Das gefällt mir So, die Stadtgurt So, die Bomben, die wir da sehen Die sehen böse Und ganz hässlich Und böse und ganz dumm Und scheiße Ich brauch ein paar Ringe Hm Jo Woo Yay Hm, hm Bababam, babam, babam Voll nett Das ist echt schön Nein Ja klar, ist doch super Offensichtlich, lelilich Au Shit Woo Na, das ist doch mal Woo Woo Boom Woo Und Ja Digga Yeah Boah Übel 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 Boah Danke, Plattform Du hast mir das Leben gerettet Yeah Ich glaub, das wird wieder einer dieser Einpartzonen Ja, ja Hat echt schon Potenzial dafür Ja Ich mein neither Da 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 battles Da 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 Bam Bam Babam 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 New die bombenhausen ja die bomben nerven die bomben nerven wenn ich sagt die bomben nerven dann meine ich dass sie nerven baum 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 okay da mache ich jetzt aber ein safe state und hoffe muss ich jetzt da mich da arbeiten oder was arbeitsamt okay das brauche ich ich danke dir dafür ihr könnt mir jetzt nichts mehr warte warte geht denn jetzt die ab state slot 106 lalala lala ihr könnt mir nichts ich bin unsterblich weil ich so nicht bin oder safe state budget oh hallo na hallo wo kommst du denn hier sag mal wo kommst du denn her ja super toll und muss man da jetzt das spiel irgendwie austricksen richtig geil ok ich musste es nicht tun aber bei so einer musik kann man diesen weight kann man nicht dann rennen wir weiter und werden von einer halb kugel erschlagen die uns töten will ist klar ich will die ringe wie unfair auf ein neues bitches und noch mal und einmal noch und jetzt holz funzen ja schon mal was von fairness gehört spiel solltest du vielleicht mal wow ehrlich ja toll versuch wir es doch mal so berühren und da er so an die datentwickler das sicher wollen dann los explodiert es aber die kann mich noch treffen hey 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 checkpoint lalalalalala eggman was hast du heute für eine waffe 0 0 da 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 egman egman bamm ins fes egman ja und ok und wenn ich da irgendwie geschickt bin sag mal eckmann was wird das du mich verarschen wollen ich glaube ich will mich irgendwie verarschen ich glaube noch ein schuss und das ist vorbei oder zwei oder ein paar noch ja nur noch einer okay das war wieder eine dieser ein paar zonen da freuen sich die pinguine und schweine okay lalalala okay im nächsten part erledigen wir scrap vorliegen hoffentlich wird das nicht wieder eine dieser mega spazone bis dahin tschüss